Servus YouTube, hier ist der Dennis und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit Manchester United. Ja Leute, in der letzten Folge für die unter euch Zuschauer da draußen, die es vielleicht verpasst haben, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze nochmal nachzuholen. Sehr spannendes Spiel im Capital One Cup, wo wir denke ich mal einen Arbeitssieg eingefahren haben mit einem 1 zu 0 durch Wayne Rooney, welches wir auch bis zum Ende halten konnten, ohne wirklich die größten Probleme zu haben gegen den Außenseiter. Aus der Football League One geht es nun in der heutigen Folge wieder zur ernsten Sache rüber, nämlich nicht mehr der Capital One Cup. Es ist immer noch ein Pokal, aber es ist der Pokal, der ja von sehr vielen Mannschaften umkämpft ist, hier international. Mannschaften aus Spanien, Deutschland, England, Italien wollen alle natürlich diese Trophäe gewinnen. Es geht natürlich um die Champions League. Dort sind wir momentan Gruppenerster. Mit dem Sieg gegen Wolfsburg haben wir uns da auf jeden Fall schon mal einen komfortablen Start geschaffen. Aber jetzt ist die Frage, ob wir das Ganze fortsetzen können mit dem Spiel zu Gast gegen ZSK Moskau. Ich sehe schon, wir spielen zweimal hintereinander zu Gast. Das Spiel gegen Wolfsburg war ja auch zu Gast. Also heißt es, dass wir da schon mal gute Voraussetzungen für die Rückrunde haben werden, wenn wir dann natürlich auch die Spiele, die wir zu Gast spielen, gewinnen sollten. Für die Formation habe ich einiges umgestellt. Wie man sehen kann, wir spielen weiterhin mit dem 4-2-3-1 mit Carrick und Schneiderlor im zentralen Mittelfeld. Ich muss sagen, Carrick hat mir sehr gut gefallen im Capital One Cup-Spiel gut, ist natürlich nicht mehr der Jüngste mit seinen 34 Jahren, aber ist denke ich mal eine lebende Club-Legende. Auf der linken Seite haben wir dann Anthony Martial, rechts Leroy Sané. Auf der 10er-Position, das war ja meine Frage am Ende der letzten Folge, haben wir tatsächlich Juan Mata. Da meinten ja sehr viele Leute unter der letzten Folge unten in den Kommentaren, dass ich Mata spielen lassen soll. Und dem Wunsch bin ich jetzt auch nachgegangen. Mata heute von Anfang an auf der 10er-Position. Wayne Rooney, unser momentan absolut torgefährlichster Stürmer vor einem Sturm, natürlich ganz klar. Viererkette wie immer und natürlich David De Gea weiterhin im Tor. Und da würde ich sagen, wir gehen jetzt in das Spiel hinein. Man merkt schon, ich kommentiere ein bisschen langsamer, ein bisschen vielleicht auch mit einer tieferen Stimme. Das Ganze ist einfach daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin, noch gar nichts gegessen habe, aber Hauptsache mal eine Runde aufnehmen. Hatte ich gestern ja gar nicht getan wegen dem Bundesliga-Start. Lief ja eigentlich ganz gut für meine Bayern ab, also kann man jetzt denke ich mal so stehen lassen. Aber es geht natürlich nicht um die Bundesliga, sondern um dieses Spiel hier im Manchester United-Karrieremodus gegen ZSK Moskau. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, nicht vergessen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Spiel. Nach dem Auftaktsieg in der Champions League bei dem VfL aus Wolfsburg ging es nun weiter für die Red Devils, für Manchester United. Mit einem Spiel im sehr kalten Russland. Man befand sich in der Hauptstadt in Moskau beim Verein ZSK Moskau. Neben Wolfsburg und PSV Eindhoven der dritte Teilnehmer der Champions League-Gruppe von Manchester United, eben ZSK Moskau, die aus dem ersten Spiel gegen PSV Eindhoven einen Punkt mitnehmen konnten. Jetzt ist die Frage, kommt nach diesem Spiel hier der erste Sieg auf das Konto der Russen? Oder wird Manchester United die gute Form weiterhin halten? Wayne Rooney im letzten Spiel zwei Tore erzielt. Momentan absoluter Top-Torjäger bei den Red Devils, bei Manchester United. Der Mann, den wir hier sehen können, mit der Kapitänsbindung. Wir kommen mal zur Elf. Der Gastgeber mit Akin Fejev im Tor, dann Fernandes, Innenverteidiger, die ich niemals aussprechen kann. Schenikow, Verblom, Nacho, Zagoyev, Eremenko, Tosic und Seido Dumbia vor einem Sturm. Die Laie vom AS Rom, erstmal ja verkauft worden von den Russen, von ZSK Moskau an den AS Rom und dann wieder zurückverliehen. Nach Russlands zu ZSK Moskau. Wir sehen hier die Elf der Gäste mit Deja Damian, Smalling Mustafi, Shaw Carrick, Schneiderloh, Martial, Juan Marta, Leroy Sané und Wayne Rooney. Also ich denke mal die größten Überraschungen sind Michael Carrick, Juan Marta, Leroy Sané und Anthony Martial. Denn durch diese vier in der Startausstellung sind unter anderem Spieler wie Memphis Depay, Domenico Berardi, Anna Herrera, ein Schweinsteiger, der natürlich auch unter anderem verletzt war. Nur auf der Bank, das ist wirklich sehr komisch bei Manchester United. Vielleicht wird der Plan aufgehen und diese Formation kann die Russen überraschen. Das ist die Frage, die sich heute stellt, wie Manchester United mit dieser Elf hier abschneiden wird. Anstoß auf Seiten der Gäste in der ersten Halbzeit in den weißen Trikots von rechts nach links. Aufpassen, die Gastgeber. Eremenko im Doppelpass und David Dejea mit der ersten Parade hier. Erster Schuss aufs Tor im Spiel von den Gastgebern. Moskau mit einem sehr starken Start in das Spiel hinein. Manchester United kommt bisher nicht ganz in das Spiel hinein. Jetzt mal David Dejea. Kontermöglichkeit. Unterbrochen. Jetzt vielleicht ZSK Moskau mit Zeyno Dumbia. Der macht es hier ganz stark im Zweikampf. Pass in die Mitte und Tosic mit dem Schuss am Tor vorbei von David Dejea. Das war wirklich sehr knapp hier. Die nächste gute Gelegenheit für die Russen. Für ZSK Moskau diesmal Tosic. Zagoyev gegen Damian. Der lässt sich hier wieder viel zu leicht im Zweikampf abschütteln. Smalling macht es erstmal stark und dann der Schuss. David Dejea wieder mit einer super Parade. Aber Damian ist heute allemand schon noch nicht so gut in Form. Der lässt sich hier schon das zweite Mal ganz locker wirklich ohne große Probleme im Zweikampf abschütteln. Aber jetzt mal vielleicht in der Offensive. Matteo Damian. Hat der Italiener verliert hier den Ball. Juan Mata. Und das ist ein blöder Fehler. Das ist ein blöder Fehler. Der darf nicht in der Offensive passieren, wenn Manchester United die Lücken sucht. Juan Mata. Aber starker Ballgewinn macht seinen Fehler wieder gut. Juan Mata sieht die Lücke für Leroy Sané. Und das 1 zu 0 ist gefallen für die Gäste. Erste Gelegenheit. Leroy Sané ist der Torschütze. Und ich kann nur sagen, das war wirklich das Beste, was wir machen konnten. Juan Mata hier von Anfang an spielen zu lassen. Endlich auf der Position, wo er auch damals bei Chelsea oder bei Valencia Unglaubliches geleistet hat. Nämlich auf der 10er Position. Louis Farrell macht diesen Spanier einfach kaputt, indem er ihn ständig auf dem Flügel einsetzt. Aber wir sehen schon, Juan Mata als 10er hat deutlich mehr Qualitäten als Rechts-Mittelfeldspieler. Und das haben wir hier ganz gut demonstriert gesehen bekommen. Dass Juan Mata als 10er unglaublich gefährlich ist. Die Vorlage für Leroy Sané, der den Ball sehr gut ins Tor hinein befördert. Und das 1 zu 0 hier zwischen ZSK Moskau und Manchester United für die Red Devils durch Leroy Sané. Der schickt Schenikov hier über die linke Seite. Flanke in die Mitte. Carrick, schön gemacht hier. Und könnt vielleicht den Konter einleiten. Schneider Law sieht die Lücke für Wayne Rooney. Der ist natürlich nicht der Laufstärkste, aber in der Mitte sieht er. Juan Mata, der Pass ist genial. Juan Mata muss sich durchsetzen gegen Mario Fernandes. Das ist aber der Brasilianer mit der allesklärenden Aktion hier. Und die erste Halbzeit hier beim Champions-League-Spiel zwischen ZSK Moskau und Manchester United abgepfiffen. Wir sehen hier den Gästeblock mit den Fans der Red Devils, die sich über das 1 zu 0 freuen konnten. Von dem man hier mit dem Afro Leroy Sané brachte die Red Devils in der 22. Minute in Führung. Und so kann das Ganze natürlich weitergehen. Also man muss sagen, am Anfang ZSK Moskau mit dem besseren Start, aber Manchester United hat sich in das Spiel reingekämpft. Und am Ende auch bisher die einzige Toraktion gehabt. Mit Leroy Sané, der den Ball ins Tor hineinbefördern konnte nach Ballgewinn von Juan Mata. Los geht es, zweite Halbzeit hier. Mal schauen, was die Russen, was ZSK Moskau jetzt hier noch in den zweiten 45 Minuten zu bieten hat. Und Mario Fernandes fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass er den Ball ins Seiten aushauen muss. Leroy Sané mit der Einwurfgelegenheit für Juan Mata. Ja, was macht der Spanier jetzt? Vorlage für das 1 zu 0 gegeben. Juan Mata jetzt mal auf eigene Faust. Macht es hier ganz stark. Juan Mata mit dem Pass in die Mitte. Da ist Damian. Rooney nochmal vielleicht mit dem Seitfallzieher. Gelingt leider nicht und das müsste tatsächlich nochmal den Eckball geben. Tatsache. Gebt nochmal den Eckball und der wird von Sané ausgeführt werden. Leroy Sané jetzt vielleicht mal mit einem guten Eckball. Können es vielleicht was werden. Fernandes und Akin Ferf hier im Doppelpack. Dumbia, Zagoyev ganz stark im Zusammenspiel hier. Und jetzt kommt Mustafi angelaufen und kann den Ball erobern für die Red Devils. Aber was ist denn da los von Michael Carrick bitte? Aber Smalling sollte hier die Situation schon bereinigt haben. Einfach nach vorne das Ding und Situation nicht geklärt. Dumbia, aufpassen. Wenn der am Ball ist, dann muss man wirklich sich fürchten. Dumbia, Pfosten, aufpassen. Nochmal der Nachschuss von Wernblom und der Ball ist im Tor. ZSK Moskau mit dem Ausgleich. Ich habe es gerade erwähnt. Wenn Dumbia am Ball ist, dann muss man sich einfach fürchten. Der setzt sich hier gegen zwei Mann durch. Dann der Schuss an den Pfosten. De Gea ohne Chance und dann nochmal im Nachfassen der Schwede. Wernblom hier. Matteo Damian kann hier nicht den Zweikampf für sich behaupten. Und am Ende ist der Ball im Tor. Natürlich keine unglaublich große Aktion von Wernblom. Den Ball hier einfach nur noch ins leere Tor reinzuschieben. Aber da zum richtigen Zeitpunkt hinzulaufen ist natürlich auch eine Gabe. Und das 1 zu 1 ist gefallen. Manchester United würde nach aktueller Rechnung nur einen Punkt mitnehmen. Die wollen momentan mit vier Punkten weiterhin Gruppenführer sein. Martial, Pass für Rooney. Rooney sieht wieder Martial. Martial 2 zu 1. Manchester United geht wieder in Führung. Ganz stark gemacht hier. Und Anthony Martial mit seinem ersten Tor in der Champions League. Für die Red Devils letztes Jahr hat er denke ich mal schon getroffen. Für den AS Monaco. Und hier macht er es ganz stark im Doppelpass mit Wayne Rooney. Und der Abschluss. Keine Möglichkeit für Akin Faire. Und wieder einmal lässt sich ZSK Moskau vorführen hier. Von der Offensive der Red Devils. Und da jubelt natürlich David Rea ein sehr schönes Bild. Wie er jubelt vor der Gastribüne hier mit den Fans der Red Devils. Manchester United geht wieder in Führung. Anthony Martial, der Torschütze. Mal spielen sie hier ganz stark im Zusammenspiel. Memphis Depay gerade eingewechselt. Setzt sich durch Memphis Depay. Und er macht den Ball nicht ins Tor. Unglaubliche Szenen hier beim Spiel. ZSK Moskau gegen Manchester United. Memphis Depay. Das sieht so locker aus, wenn er da einfach durchläuft. Macht das Ganze sehr stark. Gerade eingewechselt worden. Für Juan Mata aufpassen. Jetzt die Gastgeber wieder. Und das Ganze war abseits. Aber das war doch gerade eine unglaubliche Szene. Wie Memphis Depay den Ball an den Pfosten haut. Und dann nicht irgendwie per Abstauber in das Tor noch hinein befördern kann. Aber das war sehr schön zusammengespielt. Und wieder ist es Depay. Der Mann mit der Nummer 7. Rooney. Wieder mit dem Pass für Depay. Diesmal funktioniert es wieder nicht. Memphis Depay. Was ist denn mit dem Jungen los? Was ist denn bitte mit dem Niederländer los? Memphis Depay. Der hat heute einfach kein Glück. Alle Mannschein nach. Mit dem Ball für Memphis Depay. Der schießt aus der Position. Nicht unbedingt nötig gewesen. Einfach nur das 2 zu 1 hier irgendwie halten. Und den Ball gewinnt Martial nochmal. Rooney. Mit der Gelegenheit. Schneiderloh ist da. Und Schneiderloh macht das 3 zu 1. Sehr schön gesehen von Wayne Rooney. Der will seine Form natürlich halten. Versucht nicht selber den Ball irgendwie ins Tor zu buxieren. Was er natürlich kann. Also ein Wayne Rooney ist denke ich mal locker in der Lage so einen Ball ins Tor zu befördern. Aber spielt dann doch teamdienlich. So wie es auch ein Kapitän machen sollte. Gibt den Pass hier für Morgas Schneiderloh für den Neuzugang vom FC Southampton. Und der befördert den Ball dann ins Tor. 3 zu 1. Sieg also für Manchester United hier zu Gast bei Zetniska Moskau. Auf jeden Fall ein zweites. Sehr starkes Ergebnis hier in der Champions League. Das Spiel ist abgefifft. Ein 3 zu 1 Sieg für die Red Devils. Am Ende natürlich Moskau nochmal sehr weit nach vorne gerückt. Irgendwie versucht das 2 zu 2 zu erzielen. Aber am Ende ist es nur ein Gegentor. Für David Terrea die mitgereisten Fans von Manchester United die wir hier sehen können. Können denke ich mal sehr zufrieden sein. Die Red Devils endlich wieder mit sehr geballter Offensivpower hier. So kann das Ganze weiter gehen. Die Spieler die rein rotiert wurden haben gute Leistungen gezeigt. Und so kann das Ganze weiter gehen. Manchester United behält die Form die momentan einfach sehr stark ist. Mal schauen ob das Ganze so weiter gehen kann. Für die Red Devils in dieser Saison. So mit einem Blick in den Monat Oktober hinein. Hier im Kalender sehen wir schon. Dass dieser Monat ein sehr harter Monat sein wird. Spiel gegen Arsenal. Dann Everton. PSV Eindhoven in der Champions League. Manchester City. Crystal Palace dann direkt zweimal. Einmal im Capital One Cup. Achtelfinale. Und einmal auswärts in der Liga. Ich würde mal sagen das war es. Für die heutige Folge des Manchester United Karrieremodus. Ich hoffe es hat euch nie mal gefallen. Wenn es der Fall sein sollte nicht vergessen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und da würde ich sagen ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und bin raus. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Bis dann. Bis dann.